Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Horror- oder Genrefilme aus Skandinavien sind ja immer mal hin und wieder einen Blick wert. Ob nun Werke wie The Innocence oder noch ältere wie So finster die Nacht. Aber in die Ecke verkrümeln wir uns gar nicht mit Speak No Evil. Denn der Film kommt, auch wenn der englische Titel auf was anderes schließen mag, aus Dänemark. Am 28. September wird dem Ganzen ein Kinostart vergönnt, nachdem er schon erfolgreich auf diversen Festivals gezeigt wurde. Unter anderem dann auch auf dem Fantasy Film Fest, wenn ihr das hier hört. Wir konnten ihn aber schon vorab auf anderem Wege sehen. Und wer sind wir? Wir sind heute eine Dreierrunde bei diesem Film. Zum einen der Christopher. Hallo. Vielleicht sollte ich meine eigene Reiseagentur starten. Ich werde die Leute sorgsam auswählen. Ja, möglicherweise. Und dann suchst du dir auch irgendwelche unbescholtenen Elternteile, die an nichts Böses denken, wie zum Beispiel den Till. Nabend. Moin. Das war eine fantastische Überleitung. Ja, ich hab so meine Momente. Ja, ein Film aus Dänemark. Dänemark verbinde ich normalerweise eher halt mit so, ja, Dramen wie Die Jagd oder so. Mit Mats Mikkelsen beispielsweise kann man auch nur sehr empfehlen. Oder aber Der Rausch haben wir auch besprochen. Gerne deinen Hören. Aber das hier ist ein Genre-Film. Und auch der erste Genre-Film, den dieser Regisseur gedreht hat, Christian Tafdrup, der Mann kommt aus Dänemark, wie man schon hört, ist eigentlich ein Schauspieler. Und das ist jetzt seine dritte Regiearbeit, aber sein erster Ausflug in ein wirkliches Genre. Und worum es genau geht in Speak No Evil, das erzählt euch jetzt der Einzige, der das wirklich nonchalant und stilvoll kann, der Christopher, bitteschön. Björn und Luise sind mit ihrer kleinen Tochter Agnes im Toskana-Urlaub. Sie stammen aus Dänemark und treffen dort ein niederländisches Paar, die dort mit ihrem kleinen Sohn sind, der auffälligerweise nie ein Wort sagt. Und man hat Spaß miteinander, man trinkt, man isst und man geht danach wieder getrennte Wege. Aber dann bekommen Björn und Luise eine Nachricht von den beiden, in der steht, wir hatten so viel Spaß mit euch, kommt uns doch mal besuchen. Und Björn und Luise packen Agnes und alles Mögliche an Gepäck in ein Auto, fahren in die Niederlande und begegnen dort diesem Paar, weit abgelegen in ihrem Haus im Wald. Am Anfang wirkt alles nett und dann kommt es zu kleinen Mikroaggressionen, kleinen Meinungsverschiedenheiten und auch zu größeren Aggressionen, die dazu führen, dass sich Björn und Luise zunehmend unbehaglich fühlen und den Eindruck bekommen, mit ihren Gastgebern stimmt etwas nicht. Die Gastgeber sind daraufhin untröstlich, entschuldigen sich und bitten sie zu bleiben, weil sie noch so viel Spannendes und Aufregendes mit ihnen vorhaben. Aber die Situation eskaliert zunehmend und Björn und Luise merken erst, in was für einem Albtraum sie stecken, als es bereits zu spät ist. Ja, vielen herzlichen Dank. Ja, da hat man eigentlich schon einen Großteil des Films, wobei der Trailer dahingehend auch relativ viel vorwegnimmt. Deshalb würde ich nicht empfehlen, sich den anzusehen. Der Trailer, der mir erst klargemacht hat, dass das zumindest in den USA verkauft wird als Shudder Original. Shudder ist ja so ein Streaming-Dienst, der viele Horrorfilme im Angebot hat. Unter anderem letztes Jahr, Christopher, du wirst dich erinnern, den wunderbaren, oder war das sogar vor zwei Jahren schon, den wunderbaren Moskito-State haben wir da zusammen gesehen. Oh mein Gott, eine Perle des Fantasy-Filmfestes, Leute. Ja, wirklich, so ein richtiger Fantasy-Filmfestes. Der kann auch wirklich nur da laufen. Ja, je, war das toll. Wobei hier noch ganz kurz nebenbei erwähnt werden sollte, ich habe es auch heute Morgen jetzt noch aufgeschnappt, als ich mich darauf vorbereitet habe. Es ist bereits, wie könnte es anders sein, ein amerikanisches Remake von Speak No Evil angekündigt. Natürlich ist es das. Okay. Ja, gut, ich meine, das hört man auch immer häufiger, dass Filme, die auf Festivals laufen, dann noch auf dem Festival wird verkündet, jo, wir machen ein Remake. Ja, super. Hat bisher auch immer super funktioniert. Es ist auch immer was Großartiges draus geworden. Aber Lirum Larum, Speak No Evil, ich hatte nicht wirklich eine Ahnung, worum es geht. Wie ging es da euch beiden? Till, vielleicht mal du. Ich habe mir den Trailer angeguckt und ja, ich habe so ein bisschen, eigentlich abgesehen von dem, was hinten raus passiert, schon eher in die Richtung gedacht, dass es so ein bisschen mit dieser kruden Familie natürlich zu tun hat, dass sie immer krasser werden. Aber ich hatte tatsächlich gedacht, es geht, der Fokus geht stark auf den Jungen. Das mit dem irgendwas, also ja, mit dem stimmt irgendwas nicht, aber das ist was anderes, das hat andere Gründe. Weil der ist ja auch auf dem Cover irgendwie, ne? Der bildet, glaube ich, das O oder der bildet auf jeden Fall mit dem Mund weit auf und so. Ja, ja. Da dachte ich wirklich, dass es viel mehr in die Richtung des Jungen geht. Und ja, die Kinder oder Kinder generell nehmen da aber eine ganz andere Rolle ein in dem Film, als ich tatsächlich das so gedacht hätte, ja. Es ist interessant im Hinblick aufs Marketing, weil, wenn ich mich so erinnere, vor vier Jahren kam ja Midsummer raus und der hat durchaus ähnliche Vibes in Teilen. Absolut, ja, ja. Und da war das Marketing aber auch sehr auf diesem, sehr aus dem Rahmen fallenden Mitglied der Gemeinschaft in Midsummer, ne? Also da gibt's ja auch irgendwie, der ist auf dem Cover, Poster drauf und so und eigentlich ist der völlig unbedeutend für den Plot. Das hat mich da auch so ein bisschen dran erinnert, ja. Christopher, wie war es denn bei dir? Ich wusste Bescheid, weil ich tatsächlich hier und da was über den Film gelesen hatte, als ich hörte, dass er auf dem Festival so absahnte und in den Himmel gelobt wurde. Aber ich wusste natürlich nichts über die Auflösung. Ich hab mir die wichtigsten Aspekte nicht spoilern lassen. Ich weiß halt nur, dass das Ganze eben in diese Richtung dann später eskaliert. Und was den Film an sich betrifft, muss ich sagen, dass das einer der Fälle ist, von wegen eben guter Ausgangssituationen, komplizierte und problematische Umsetzungen. Ja. Weil was du hier hast, ist ja erstmal etwas Interessantes, weil es kann eigentlich vielen Leuten tagtäglich passieren. Es wird halt hier ins Unerträgliche gesteigert, damit es zum Psychothriller wird. Aber die grundlegende Ausgangssituation ist etwas, was vielen Leuten mit Sicherheit schon mal passiert ist. Viele haben bestimmt schon mal eine Urlaubsbekanntschaft gehabt und man hat Spaß gehabt und man ist nach dem Urlaub in Kontakt geblieben. Und dann trifft man sich halt dann in Anführungszeichen in der Realität wieder und merkt, die Chemie stimmt doch nicht so gut. Und da wird irgendwie nichts draus mit einer dauerhaften Freundschaft. Und man geht wieder getrennte Wege und man nimmt halt diese Erkenntnis mit, im Urlaub ist man doch jemand anderes. Und das ist wirklich ein sehr interessanter Aspekt hier. Das stimmt. Wobei bei mir war es andersrum. Die Leute, die ich getroffen habe, zu denen hatten wir relativ lange Kontakt. Also war ich noch, da war ich 17 oder 18. Und ja, man hat sich halt, ich hoffe, natürlich wird meine Tochter das niemals hören, man hat sich halt den Kopf zugesoffen. Und die wohnten so 50 Kilometer im Umkreis von uns. Und das hat immer gut geklappt. Das war, das war schön. Glück gehabt. Vielleicht hätte ich auch am Psychos geraten können. Ja, da hast du Glück gehabt. Ja. Nee, nicht, dass man gleich am Psychos gerät, aber einfach so eine Menge Leute machen diese Erfahrung. Ja, ja, total. Von wegen, man lernt, welche im Urlaub kennen. Und dann, dann also, nee, das war doch nicht so. Wir sind, Christopher, um das mal aufzureifen, was du meintest, dass der Film so aus einer relativ normalen Situation dann immer weiter so in die Eskalation übergleitet. Äh, ich meine, das ist ja nicht ungewöhnlich für das Genre. Was für mich allerdings der ganz große Knackpunkt an dem Film ist, der Spannungsbogen funktioniert für mich nicht. Beziehungsweise diese Eskalation ist eigentlich keine Spirale, sondern das ist eher, dass es viel zu lange dauert, mit, ja, zugegeben kleinen Andeutungen. Aber für mich stimmt da irgendwie das Verhältnis nicht. Erst ist es irgendwie viel zu lange, viel zu ruhig. Da schaukelt sich nicht so richtig hoch oder nur in so Nuancen. Und dann im letzten Drittel kippt das Ganze, was eigentlich fast schon eher sich anfühlt wie so ein, sag ich jetzt mal irgendwo, fast Familiendrama, kippt es in eine Genre-Richtung, die für mich irgendwie nicht so richtig dazu passte. Und ich verstehe auch nicht ganz, warum das jetzt auf Festivals irgendwie als der große satirische Geniestreich angepriesen wird. Ja. Oder wie habt ihr das gesehen? Also was das Zwischenmenschliche betrifft, spielt der Film ja eben auch mit der Idee oder generell spürft die Frage auf, wie viel Unternehmlichkeiten sind Menschen gewillt in Kauf zu nehmen, um halt ihr Gegenüber oder ihren Gastgeber nicht zu kränken. Deswegen auch mein Verweis auf Mitsammer. Und das macht er am Anfang eigentlich noch relativ interessant, wenn dann halt so zum Beispiel Luise ist ja Vegetarierin und bekommt von denen trotzdem die ganze Zeit immer Fleisch vorgesetzt und wird dann von dem Mann auch noch ständig kritisiert dafür, dass sie eine Reuchlerin ist als Vegetarierin. Und das sind solche Dinge, solche Diskussionen könnten in so einer Runde passieren. Und da würden manche Leute auch einfach aus Höflichkeit den Streit nicht eskalieren lassen. Also die ganze Zeit, so im ersten Drittel, so bis zur Hälfte, kann der Film irgendwie noch das so im Rahmen des Realistischen halten, wie so etwas ablaufen könnte, bevor es richtig, richtig unangenehm wird. Mein Problem ist halt auch, dass wenn dann die Schleier und die Vorhänge fallen und alles offensichtlich wird, ist für mich das Verhalten der Charaktere hier und da nicht mehr nachvollziehbar. Ich kann da nicht wirklich in den Spoiler-Bereich gehen, aber im letzten Drittel ist das für mich so, ja, das lasst ihr hier mit euch machen. Also andere Menschen würden dann wirklich frontal sagen, ich kämpfe jetzt hier um mein Leben wie ein Verrückter. Ja, ja, das ist richtig. Also ich fand, drei Viertel des Films, also die erste drei Viertel des Films hat mir tatsächlich sehr gut gefallen, weil der Film macht, auch wenn man Trailer gucken, hin oder her, der macht kein Geheimnis draus, anzukündigen, okay, die Scheiße wird irgendwann richtig am Dampfen sein. Das finde ich halt so, klar, der braucht ein bisschen, aber so den langsamen Aufbau von den zwei Gastgebern, den fand ich da schon ganz gut, was hinten raus, ja, verstrickt der sich so ein bisschen und wo ich mir denke, ja, warum macht ihr jetzt das? Stichwort, ach Gott, Stichwort Hase. Ja, ja. Wo ich denke, Alter, Vater und Ehemann, mach das nicht. Setz durch, was du machen willst und Feierabend oder was deine Frau sich wünscht, da vielleicht ignorieren wir jetzt einfach mal das Kind und das Ganze wird ja dann nochmal versucht und dann, ach, das ist so, ja, da sind halt, also das letzte Viertel ist wie gesagt so sehr lückenhaft. Und gewollt. Nicht ganz durchdacht. Gewollt. Genau, so warum, also der beobachtet ja relativ fein im ersten, die erste Hälfte, der ersten zwei Drittel und dann macht der so einen Mumpitz und dann, ja, na klar fährt man dann in die Wallachai, also das sind so Sachen, wo ich denke, das passt nicht zum Rest und nur damit man dann einen auf, ähm, einen auf Harnicke macht am Ende. Schön, ja. Ja, es ist ja, das ist ja, also da muss man sich nichts vormachen. Ja, klar, es ist sehr, sehr Funny Games artig. Ja, und der Vater hat auch irgendwie keinen Bock, seine Familie zu verteidigen. So, ja. Ich, ich muss sagen, für mich hat es so genau auf der Hälfte begonnen, weil, ähm, ich meine, es ist jetzt zwar irgendwie gefällig, aber ich ziehe da nochmal die Parallele zu Midsummer. Bei Midsummer ist das ja so, dass die irgendwie nicht aus ihrer Haut können, beziehungsweise, dass die alles Mögliche akzeptieren. Auch dann gibt es irgendwo einen, ich sag mal, Point of no return. Also etwas, wo man sich wirklich denkt, dass, das können sie jetzt nicht mehr akzeptieren. Und während das bei Midsummer zwar kommt, aber die sich dann doch wieder in diesen Kulturrelativismus flüchten, äh, ergreifen sie hier dann zwar die Initiative, beziehungsweise die Flucht und bleiben dann aber aus unerfindlichen Gründen wieder da. Also während bei Midsummer zwar immer mal wieder der Entschluss gefasst wird, dass man jetzt doch irgendwie noch, äh, sich von dann macht, wird es hier getan, aber dann aus unerfindlichen Gründen wieder rückgängig gemacht. Und das hat für mich keinen Sinn ergeben. Und das wirkte auf mich auch ehrlich gesagt aufgesetzt. Und dann einfach nochmal diese, ja, ich weiß nicht, diese Spirale der Eskalation, die hat der Film einfach nicht richtig hinbekommen. Und im letzten Drittel haut er dann halt diesen, diesen harten Genre-Cut dazwischen, der irgendwie, ich sag nicht, dass das irgendwie schlecht gemacht war oder so, aber Tilda kann ich auch bei dir anschließen, das wirkte fast ein bisschen wie aus einem anderen Film. Sag ich, sag ich ganz ehrlich. Also diese, diese Härte, die wollte da irgendwie für mich nicht reinpassen. Das, das wirkte so, als weiß ich nicht, die ersten zwei Drittel erzählt so halt irgendwie ein etwas krudes Familiendrama. Ich meine, es geht ja auch ein Stück weit um Erziehungsgrundsätze. Und da muss man ja sagen, das muss ich dem Film anrechnen, da tritt er ja in beide Richtungen. Ne? Also es ist nicht so, dass jetzt die, die, die Gastgeber nur total weird sind, sondern die Eltern verhalten sich halt auch nicht wirklich angemessen. Oder ich weiß nicht was, du bist ja als einziger von uns dreien jemand, der auch Kinder hat. Was, was hast du da für einen Blick drauf? Ja, es ist einfach, es ist einfach seltsam. Da ist eine, da ist zum Beispiel eine Szene, da sieht der Vater, die Mutter, die Mutter sieht das, dass das eigene Kind woanders schläft. Und die Entscheidungen sind schon, das ist schon krass. Gerade wenn ich, wenn ich, wenn ich ans eigene Kind denke, dann handel ich nicht so, so gut durchdacht oder so gut aufgebaut, wie ich finde, das in den ersten beiden Dritteln ist, sind dann diese Entscheidungen halt so, wo ich denke, nein, nein oder, oder, oder das wäre, ich kann, ich arbeite so ein bisschen mit Stichwörtern jetzt, wer den Film dann guckt, weiß Bescheid. Stichwort Babysitter das erste Mal treffen. Mhm. Wo ich denke, nein, seid ihr völlig, seid ihr völlig dämlich? Ja. Also das sind so, das sind so Entscheidungen, wo ich denke, das passt nicht zu dem, was uns, was uns der Film eigentlich zeigt. So, das ist so ein bisschen, so ein bisschen das Schwierige. Was ich halt cool finde ist, dass die Außenwirkung, dass es zeigt, wie wichtig Menschen Außenwirkung ist und der Stand in der Gesellschaft so, das finde ich tatsächlich ganz interessant, wie weit man gehen kann oder wie weit manche Menschen vielleicht gehen. Ja, aber so der Ansatz mit dem Kind und wie die Gasteltern so, das machen, das lösen, nee, das fand ich nicht gut. Ja, es ist halt auch, der Regisseur ist wahrscheinlich im Bereich Drama besser aufgehoben als im Genrefilm, weil der Genrefilm, der muss ja auch immer dementsprechend gut getimt sein, gut durchdacht sein, ein starkes Plotgerüst haben, auf dem er steht, damit das Ganze glaubwürdig ist. Und genau das geht ihm hier im dritten Akt wirklich komplett baden. Diese beiden, dieses Psychopar aus den Niederlanden hier, die Gastgeber, die sind eigentlich nicht irgendwie gut genug, sagen wir mal, aufgestellt oder haben alles Mögliche gut genug durchdacht, um ihre Gäste so dermaßen in der Mangel zu haben. Es gibt einfach genügend Möglichkeiten, wie man sich gegen die wehren könnte, wie man sich denen entledigen könnte. Ja, total. Und die machen das einfach nicht. Ja. Weil das, das sind, die sind jetzt nicht Hannibal Lecter oder sowas, das sind jetzt nicht die aller intelligentesten Psychopathen, die jedes Detail durchgeplant haben und die praktisch wie Marionetten in einem Spiel, äh, vor sich her tanzen lassen. Die sind wirklich nicht gerade in dieser Art von Psychos. Und da ist einfach so viel im letzten Drittel, was man einfach so schlucken soll, was, äh, bei genauerer Hinsicht, bei genauerer Sichtung komplett auseinanderfällt. Komische, auf eine komische Art und Weise erinnerte mich das echt an Don't Worry Darling von Olivia Wilde. So, der Drama, der Drama-Aspekt funktioniert, dann kommt im dritten Teil eben dieser harte Genre-Einschlag und der steht auf derart wackeligen Füßen, dass der bei zwei, drei Fragen nach der Logik komplett in sich zusammenfällt. Wobei, da würde ich sagen, also Don't Worry Darling, so durchwachsen der auch ist, der schafft es trotzdem relativ früh irgendwie, äh, eine unangenehme, äh, Atmosphäre unter dem, dem Ganzen, also, da wird ja eine Utopie gezeigt. Und hier wird eigentlich, also, das, äh, daran mache ich auch den, den schlechten Spannungsaufbau fest. Wir haben hier eigentlich ziemlich normale Urlaubsbilder oder halt eben von zwei Familien, die, die sich irgendwie einen, äh, schönen Nachmittag oder was mit ihren Kindern machen. Und die Musik in diesem Film ist so ultra penetrant. Ja, das ist sie wirklich, ja. Und, boah, also, also, also sowas habe ich wirklich noch, ja, ich habe schon mal erlebt, aber wirklich schon länger nicht mehr. Ich meine, ich, ich habe kein Problem damit, auch das dann irgendwie, kennt man ja eben auch aus so Filmen eben wie Midsummer oder The Witch, aber da hast du dann irgendwie schon generell eine unangenehme Atmosphäre, die dann dadurch noch verstärkt wird und dann dadurch natürlich auch noch was Kommendes ankündigt. Aber hier hast du halt das Gefühl, dass sie förmlich einen Horrorscore über stinknormale Bilder gelegt haben und es hat, es hat für mich keinen, keinen Effekt gehabt. Es wirkte auf mich total, da werden wir halt auch wieder, und Christopher dahin gehen, stimmt da eine These wahrscheinlich auch, der Regisseur, der hat vorher halt nie was im Genre-Bereich gemacht und das merkst du. Der hat sich halt gefragt, so, ich muss jetzt aber irgendwie hier ankündigen, dass es später noch richtig zur Sache geht, ohne dass ich jetzt hier schon am Anfang was Unangenehmes servieren kann, weil dieses Paar muss dieses andere Paar ja erstmal einlullen und zu sich locken und eben freundlich und sympathisch sein. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt mache. Ich spiele einfach laute, penetrante, unangenehme Musik über diese Bilder. Ja. Das weiß jeder gleich, 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 Leute, gleich geht es richtig zur Sache. Das ist ja gleich in einer Stunde. Nee, das ließ wirklich gewaltig die Inkompetenz hier durchblicken. Das wirkte so wie das, was es wahrscheinlich ist. Ich mache das, weil ich nicht weiß, was ich sonst machen soll. Ja, weil man irgendwie auch den Bildern nicht vertraut oder so. Um jetzt aber auch nochmal was ausfallend Positives zu sagen, die Schauspieler an sich fand ich eigentlich ziemlich gut, und besonders das Gast-Ehepaar. Da ist ja wirklich auch eine starke Szene, wo man auch so, also da prallen ja wirklich so die Erziehungsgrundsätze beider aufeinander. Und die Kinder sind eigentlich nur noch der Spielball. Aber das ist zwar eine wirklich gute Szene, die für mich auch die beste des Films ist. Aber statt da weiterzumachen, zeigt das irgendwie auch halt die große Schwäche des Films auf, nämlich dass die Kinder eigentlich nur Mittel zum Zweck sind. Also auch rein blocktechnisch wieder Stichwort Hase. Das ist leider sehr, sehr schade, weil ich war auch die ganze Zeit total ernüchtert, dass man diesen Jungen einfach so selten sieht. Weil der hat einmal wirklich einen schönen creepy Auftritt, der es auch, glaube ich, im Trailer hat, in den Trailer geschafft hat. Der hatte mich echt so ein bisschen an so was wie Get Out kurz erinnert. Und statt da mal irgendwie weiterzumachen oder einfach mal ein bisschen, ich meine, dieser Junge wird mir vorgestellt, ach ja, der kann von Geburt auch nicht sprechen oder der ist ohne Zunge geboren. Und dann machen sie da nichts richtig draus. Und auch aus dem anderen Kind, das ist halt einfach nur Stichwortgeber und Antrieb für den Plot und für die Eltern, sich trotzdem irgendwie unlogisch und unverantwortlich zu verhalten. Also das fand ich echt nicht gut. Das stimmt. Und was ich auch noch, also der Junge ist ohne Zunge geboren. Und was wir dann noch so als Zuschauer erfahren, kann der Junge nicht schreiben? Ja, genau. Habe ich mich auch gefragt. Kann der sich nicht anders verständigen? Kann der sich, ja, richtig. Und also das ist, ja, das ist halt, man will das Ding halt nicht spoilern so, aber, oh Gott, ich hasse das immer, mit Stichwörtern zu arbeiten. Aber ich sage mal Stichwort Fotowand. Ja, ja. Man kann doch, wenn man sechs ist, fängt man an schreiben zu lernen. Wobei du jetzt natürlich da ins Feld führen könntest, also, ach, jetzt nimmt man eigentlich schon wieder zu viel vorweg, aber du musst bedingen, es ist natürlich auch ein traumatisiertes Kind, was irgendwie auch wahrscheinlich entwöhnt wurde, sage ich mal. Wir müssen echt aufpassen, dass wir hier nicht zu viel verraten, aber das ist auch nochmal, was ich aufgreifen will. Der Film geht 100 Minuten und meines Erachtens hat er ehrlich gesagt, für diese 100 Minuten, dahingehend hat er irgendwie auch zu wenig Plot. Ja, 90 hätten es getan auf jeden Fall. Ja, oder 80 sogar, weil ganz ehrlich, so wahnsinnig viel hat er nicht zu erzählen und der hat auch nicht wirklich Tiefe. Also, wobei ich sagen muss, das Schlussbild, Ja, das war cool. fand ich verstörend, aber stark, das muss ich zugeben. Ja, aber das ist es halt. Wir reden die ganze Zeit diesbezüglich um den heißen Brei rum, weil wir alle drei sind uns da einig. Der größte Schwachpunkt, der dem Film auch irgendwo das Genick bricht, ist, dass der Thriller-Aspekt ist echt ein Schweizer Käse. Ja. Da sind so viele Löcher drin, das wirft so viele Fragen auf, dass du das nicht einfach gewissenlos einfach hinnehmen kannst, was da passiert. Und das ist das Schlimmste, was im Genrefilm dieser Art irgendwo passieren kann. Ja, also meines Erachtens hätte er keinen Genrefilm daraus machen sollen. Man müsste mal gucken, was der vorher gedreht. Das ist ja seine dritte Regiearbeit gewesen. Ich könnte mir vorstellen, dass der vorher eher so Dramen mit sozial-kritischem Einschlag gedreht hat oder so. Und dass er dann hier mal versucht hat, was anderes zu machen, aber dann im Grunde nicht wirklich Ahnung hat, wie, weiß ich nicht, vielleicht ist er großer Horror-Fan, aber ich hab den Ahnung, dass er auch nicht wirklich weiß, wie das Genre funktioniert und Atmosphäre und Stimmungsaufbau. Äh, abschließend kann man sagen, also, ich meine, wenn ich jetzt auch mal gucke, der hat einen Metascore in den USA auch von 78 und da muss ich mir wirklich ungläubig die Augen reiben. Also, ich find's schön, wenn so kleine Produktionen auch mal ein bisschen was reißen können, aber, dass der jetzt irgendwie, wer weiß, wie in den Himmel gehoben wurde und jetzt auch noch ein US-Remake kommen soll. Ja, das stimmt. Oh boy. Da soll lieber hier, Park Chan-Wook oder Bong-Yong-Hoo, die sollen sich das Ding schnappen. Ja, ja. Hätten die, hätten die initial das Ding gedreht, das wäre eine, wirklich eine Granate geworden. Obwohl, ich sehe bei dem US-Remake jetzt hier durchaus Potenzial, weil, da ist die Messlatte für mich nicht sonderlich hoch, das kann das toppen, wenn da einfach ein fähiger Drehbuchautor rankommt, der sagt, Moment, das überarbeiten wir, das, das und das auch und einfach hier bessere Erklärungen findet und das Ganze ein bisschen besser ausbalanciert. Das könnte dann tatsächlich unter einem versierteren Filmemacher diesbezüglich was werden. Das Remake ist mit James McAvoy unter anderem. Okay. Das steht schon fest und James Watkins wird der Director, der hat Eden Lake gemacht. Ja, und, äh, die Frau in Schwarz hat der auch gedreht. Ja, die Frau in Schwarz fand ich auch ganz cool, was T-Day war, ja, ist halt Action, das ist was anderes, ne? Ja, aber könnte, äh, wenn ich jetzt auch mal so überlege, so dieses, ähm, ja, äh, irgendwo, sag ich mal, kulturell isolierte, in Anführungsstrichen, äh, das hatte James Watkins ja auch schon so ein bisschen bei, äh, die Frau in Schwarz, ne? Also, da ist ja auch das, auf so einer abgelegenen Insel da, ne? Und so. Und Horror kann der. Und auch so diese etwas subtilere Form von Horror. Also, ja, gut, da bin ich dann tatsächlich auf das Remake gespannt. Ja, ist die Frage, wo spielt das? Wenn es in Amerika spielt, hast du dann irgendwie Leute, die so ländlich wohnen und die kriegen dann Besuch von einem Paar aus der Stadt oder bleiben wir in Europa? Also, das Setting fände ich in dem Fall sehr interessant. Ja, das stimmt. Steht noch nichts drin. Der soll nächstes Jahr schon kommen. Na gut, wenn es halt nur in so einem kleinen Häuschen spielt, ähm, ist das halt auch schnell abgedreht. Es geht nur um idyllic Country House, ne? Und das gleiche. Family is invited for a weekend. Bla, bla, bla. Und, äh, Mackenzie Davis spielt die, äh, die Mutter. Ja, gut, das könnte was werden. Also, ja, gut, kann man, kann man gespannt sein. Und, und, äh, wenn das nichts wird, dann drehen die Japaner bestimmt in ein paar Jahren einen Abklatsch davon und der wird dann, äh, Genau, dann wird das so gut wie Q. Oh, ja. Ich kann drauf verweisen. Wer mehr dazu hören will, äh, hört, äh, in den, äh, in die Movie Cannibals Ausgabe 4 rein. Also, Movie Cannibals ist das Format von, äh, dem lieben Till und dem Kollegen Sven, wo ich zu Gast war und wir das, äh, großartige japanische Remake von Q besprochen haben. Aber bevor wir uns, äh, da jetzt noch versteigen, würde ich sagen, kommen wir zum Ende. Also, es ist ein typischer Festivalfilm. Er hat auch gute Ansätze, äh, versteigt sich aber meines Erachtens irgendwie in einem Genre, was er nicht so wirklich, äh, auf die, auf die Kette kriegt, äh, zu bedienen. Und, äh, tja, ich, ich bin gespannt, ob das Remake dann vielleicht den sozialkritischen Einschlag noch ein bisschen weiter ausdehnen könnte oder nicht. äh, aber dahingehend ist es so ein bisschen, ja, man kann sich den angucken, aber man muss den jetzt wirklich nicht im Kino sehen, finde ich. Wie ist es bei euch? Ja, geh ich mit. Geh ich mit und bin tatsächlich jetzt, da ich den Regisseur jetzt gelesen habe, gespannt auf das Remake und bin gespannt, wie erst, wie es dann hinten raus aufgelöst wird und ob wir vielleicht schneller eine gewisse Drastik, ähm, sehen werden. Mhm. Das wäre nicht schlecht und ansonsten, ja, ist es nicht der, ist es kein Kinofilm. Nee. Punkt. Nee. Absolut gar nicht. Ja. Es mangelt eben an Intensität, es mangelt an Schauwerten, es mangelt auch einfach an, an wirklich großen Momenten. Ich meine auch, dass das Finale, ja, abgesehen davon, wie unlogisch das alles ist, läuft mir da auch kein Schauer hinter über den Rücken dabei. Also wie gesagt, das ist eine Idee, da kann man was draus machen, deswegen hat man hier einen der seltenen Fälle, wo man sich mal nicht ärgert über einen Remake, sondern ist sogar freudig begrüßt. Aber das hier ist unterm Strich für mich doch ein ziemlicher Fehlschlag und, ähm, da hätte der Regisseur was anderes draus machen sollen, weil es ist überdeutlich, dass das hier nicht eine Fingerübung ist oder dass er vielleicht da sich noch ein bisschen drin steigern muss. Nein, das ist überhaupt nicht sein Genre und er sollte von solchen Ideen in der Zukunft die Finger lassen. Ja, und bevor ich es vergesse, kleine Warnung an alle Eltern. Hinten raus vielleicht nochmal gesagt, es ist tatsächlich, also ich hab wirklich, ich guck mir viel Scheiß an und viel Gore und viel Kram, was Gewalt noch und nöcher so. Und ich halte mir eigentlich nie die Hand vor die Augen und da hab ich's gemacht. Ja. Das nur, das nur so viel. Vielleicht ist das ein Anreiz für den einen oder anderen sich da, das ist auch nur eine Szene, die gedauert zwei oder drei Sekunden. Wie, wie hattest du es gerade eben, äh, im Vorgespräch formuliert, der Film zeigt etwas, wo Oldboy, äh, weggeschnitten hat. Ja. Genau, elegant, weggeschwenkt. Ja, ja, richtig. Stilvoll. Aber ich kann dir bestätigen, jetzt nicht nur aus deiner Perspektive als Vater, ich war da auch ziemlich, ich bin da in meinem Stuhl hin und her gerutscht und ja, das war mir auch ein bisschen zu viel des Guten. Ja. Ja. Das ist halt wieder, naja. Gut, ihr da draußen könnt euch natürlich gerne ein eigenes Bild machen, wenn ihr denn unbedingt möchtet, äh, ab dem 28. September, äh, in den deutschen Kinos auch zu sehen, äh, ein Tag vor meinem Geburtstag, aber ich werde bestimmt nicht reingehen. Till, äh, Chris, war echt cool, schönes Gespräch und ja, gerne in dieser Runde mal wieder, vielleicht auch zu einem guten Horrorfilm. Bis dann. Ciao, ciao. 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 Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Tele-Stammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Überwertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.